Im August macht sich der 19-jährige Jens Hase auf den Weg. Ich bin in Prag angekommen und ich wusste ja nicht, wo die Botschaft ist. Und ich konnte ja auch niemanden fragen. Mir war klar, Tschechien ist auch ein kommunistisches Land. Und ich kann ihn ja einfach auf der Straße fragen, wo ist die Botschaft. Ich wusste gar nicht, wo ich hinlaufen sollte. Und dann habe ich aber die Flüchtlinge rufen und die gesagt haben, hierher, hierher. Ich bin dann nach Gehör gelaufen. Und dann habe ich eben diese Trommel an dem Zaun gesehen und das ging dann alles so schnell. Also ich hatte die Uniformierten im Genick und ich hatte das Ziel vor Augen und das waren Bruchteile von Sekunden. Also es ist einfach passiert.